Du gehst nicht in das Geschütz! Geh fort! Du Drecksack, du Horischer! Komm ich auf mich ziel! Da ist der Master Chief, der mach ich's tot! Nein! Die Männer seid ja auch am Start! Der Master Chief ist jetzt vorgedrungen, ihr könnt ihm jetzt endlich helfen! Ich hab eine bessere Idee! Wir grauen uns die Klöten und schlafen noch eine Runde! Wie ihr dahin schießt, wo ich hier lauf! Was ist mit dir los, du Verrikter? Verriktes Hingel! Ist noch jemand in so einem verkackten Geschütz? Die Schakale mit ihren schwulen... Energiewaffen! Wow! Dem ist ja richtig der Sack geplatzt! Jetzt geh ich schon mal zur Unsichtbarkeit! Wo landet das Ding denn? Natürlich hier hinten! Bitte noch kurz Unsichtbarkeit aufnehmen! Aaaaaaah! Kitsching! So! Au, au, au! Sollt ihr mich verarschen?! Warum seht ihr mich denn?! Ich bin doch unsichtbar, ihr Penner! Ich weiß ja nicht, ob sie schon wussten, aber ich bin unsichtbar und da kann man mich eigentlich nicht sehen! Hallo, Mistje! Hui! Hihi! Oha! Das sah keinem doch so gut aus! Die Schwachwand ist grad eben! Eine schwächliche Schwachkacke! Eines schwachsinnigen Schwächlings! Eine sogenannte Schwachkacke! Hallo, roter Mann! Hier ist eine Granate! Und sie dobst einfach irgendwo hin, weil ich kotzen könnte! Ihr wollt' mich doch verarschen! Ihr wollt' mich doch verarschen! Er rennt in mir im Kreis, diese kleine Pottsau! Hey! Aaaaah! Okay, okay! Die Granate war dumm! Wir machen erst mal den kleinen Bibidorf fertig! Da hat sie eben... Da hat sie nicht mehr... Da hat sie nicht mehr... Oh! Oh! Das war eine Meisterleistung! Danke! Hallo! Achso, es trifft euch gar nicht! Weil ihr einfach Schniedelwürste seid! The Next One! Wer ist jetzt direkt... Ich bin doch noch gar nicht so weit! Ist das Spiel grad irgendwie? Hat sich das Spiel grad eben.. Hat sich das Spiel grad eben irgendwie? Oder hat sich das Spiel grad eben irgendwie? Ich weiß auch nicht! Ehm, Nadelbäffer bitte? Danke! Ich lof jetzt. Au, 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 au. War Babybel. Uhuhu. Sa, plan, pour moi. Hilfe. Uaah, der scheiß Schakal. Ich bin nicht überall. Die sind überall. Wenn ihr mich in die Luft jagt, dann bin ich überall. Ich würd sagen, mit der Snipe kann man schon noch was machen, nicht wahr? So, nehm ich noch mal schön im Blauen weggepimmelt. Darum ist schuld, du Sack. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf, wie du siehst. Jetzt bleib ich auch irgendwo hängen. Ultra cool, wie der Stein vor mir steht. Er steht erst vor mir. Den Boden gewachsen, dieser Stein. Jetzt kommen gleich Jäger. Oh no. Ach, da laufen zwei kleine Schakale vor mir. Alle haben mit ihren Schildern nach oben. Mami, Mami, Hilfe, Hilfe. Wieso mich zerfissen? Wieso mich zerfissen? Ich komm immer gegen den Tisch und hau die Kamera bald um. Dahin ist meine Tür, wisch? Geht weg, geht weg. Ich rush jetzt. Ich rush jetzt. Plagt mich mit euch. Wow. Und der letzte Schuss ging einfach ins Leere. Sehr gut, sehr gut. Das hab ich gut gemacht. Muss ich mit dem Ding erstmal die scheiß Schakale wegkloppen. Du bist doch kein Schakal. Bin der kleine Mann. Nicht auf mich schießen, bitte nicht. Ich habe so eine Angst in meiner Hose. Landungsschiff nicht schießen, gell. Ich bin grad, ich bin inaktiv. Don't shoot me. Willst du das Landungsschiff, please? Pam, 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 pam. Au, 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 au. Ey, wie ich down geh. Ein live noch. Klasse. Und der Schuss war so über meine Rübe drüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, der Große wird mich zerficken. Sie werden mich alle zerficken. Der blaue. Ja, wiii. Wai, 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 wai. Ganz da hinten ist noch eins. Ich fasse es nicht. Landungsschiffe der Allianz im Anflug. Scheißegal. Au. Oh mein Gott. Guckt's euch an. Wer schießt denn da so schnell? Aus dem verkackten Landungsschiff kommt doch keiner runter, der im G in der Hand hat. Komm schon, das wird jetzt ein ultra weit. Viel zu weit. Ein ultra weit wurf. So. Schnell die Pisser killen, bevor sie mit ihren ultra krassen Schüssen wie der da drüben. Der lädt doch schon auf. Bevor sie mich damit legen, die Schweine. Au, 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 au. Ich bin weg. Komm schon die Leute im Ding runter ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Liegen die Granaten dann noch bitte blablablabla. F**k. Nein Granaten. Sch***. Sch*** balls. Sch***, ich hab halt nicht so viele Waffen wie ich mir erhofft habe. Doch, da liegt noch eine. Was hat die? 71. Okay. Das muss ich erstmal... Uh, die kann die andere nicht mehr aufheben. Zupi. Zupi. Erst mal das ganze klein Gemüse killen. Nicht wahr? Ja! Ich hab den net an den Fetten gehängt. Geil. Ja. Der Sound ist geil. Wollt ihr mich gerade verarschen? Wie viele kleine Pistonecken kommen denn da noch runter? Kann ich mir irgendeine Durchsage kommen? Irgendein Kontrollpunkt oder so? Quartana? Äh. Leute, wir haben es irgendwie geschafft oder so. Habe ich hier einfach eine scheiß Endlosschleife erwischt? Bitte nicht. Wollt ihr mich verarschen? Es sind doch immer die gleichen, die da abgesetzt werden, oder? Fuck. Schau mal, wie ich gefunden habe. Ich bin einfach nochmal zurückgerannt. Und dieser Mensch wird mir jetzt helfen. Komm mit, Mensch. Achtung, Alter. Geh weg. Geh weg. Hat er gut gemacht, oder? Hat er gut gemacht. Er hat immerhin ein paar Sekunden überlebt. Dieser verkackte Spaß. Na also. Habt ihr gehört? Bestärkung und so. Das Spiel hing. Ich musste ewig weit zurückrennen, um diesen Ficker zu finden, der da noch im Arsch gepult hat. Und wer schmeißt da mit Menschengranaten welche? Welcher Idiot. Ich seh, dann schon kriege ich die Lifehawk gezogen. Da war ich alle besser dran, wisch? Hauptmänner. Druckballere jetzt. Sag mal jetzt. Da war ich, du. Oh mein Gott. Hoffentlich war da irgendwo ein... Da. Spielverderber. Cheer. I'm just a play for derber. Wie die Amerikaner sagen würden. A play for derber. Follow me, bro. Bist du behindert? Gehst du gar nicht so... Ich sag, follow me und er rennt weg. Komm jetzt mit? Ja, ich hab Angst. So, meine Marinewindeln sind vollgekackt. So. Hallo? Verstärkung? Oh mein Gott. Muss der Kollege erst sterben, oder was? Ich rast gleich aus. Ich hab von hinten wieder so ein dreckiger Scheiß-Schakal erwischt. Mit seiner dreckigen Scheiße. Ach. Also Männer. Doe auf die Plattformen kommen leid runter. Ich. Wir machen die jetzt kaputt. Verstehe ich. Gut. Können die jetzt bitte aufhören nachzukommen? Can you please do me the favor please? Die war fiss leer. Achso. Oh mein Gott. Kein Speicherpunkt. Das ist zum Kotzen. Komm mit. Weißt du was? So. So. Hat er jetzt davon. Hallo. Gerade mal davon jetzt. Ich will jetzt nämlich sofort meine Verstärkung haben. Und hätte doch warten müssen, bis der Dipp stirbt. Ah. Captain. Ich bin gestorben. Katana. Der Letzte ist gestorben zum Glück. Gerade eben. Jo. Die verdammte Verstärkung kann kommen. Ja. Versau blöd. Ein Marine ist besser als keiner. Aber naja. Aber naja. But not yet. Genau. Schmeißt Granaten rein, Leute. Komm schon. Ja. Ihr blockt mich aber auch wirklich wie die Helden. Ihr seid richtige Helden. Wissen Sie das? Jetzt verstecken. Kurz verstecken. Nachladen. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt. Nachladen. Und bam. Und dann. Ja. Gleich kracht. Sehr gut. Schmeiß mal irgendwas da runter. Verdammt. Nochmal. Ich hab gleich. Ja. Dann bitte irgendwas runterschmeißen. Ich hab auch wieder Granaten. Oh. Warum sagt mir das denn keine? So. Wetter kommt. Ja. Natürlich. Es kommt wieder einiges runter. Nicht wahr? Und die Granaten brauchen auch wirklich Jahrhunderte, bis sie hochgehen. Wartet. Wartet. Geht erst hoch, wenn alle Feinde weg sind. Wartet. Oh Gott. Ich nehm fast ne Stunde auf. Ich raste aus. Ich schwitze schon. Ich hab natürlich alle Sachen auch schon auf Legendär durch. Also früher halt eben durchgespielt alles. Im Original sag ich mal. Und bei dieser Master Chief Edition eben nicht. Sind ich immer abgelenkt. Oder dann hüpfen sie trotzdem mal irgendwie zur Seite. Hat sich der Mate grad in die Luft gesprengt? Das ist ein Spaß. Ihr werdet alle sterben. Lalalala. Puff. Dumm kommt wirklich. Ne, er labert doch noch. Der lebt noch. Der Bub. So. Au. 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 Bamm. Oh. Was war das? Jetzt habt ihr grad ne Nate da drauf geschmissen. Leute. 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 Ich brauch die gleich nicht mehr, wenn die, wenn die mich, wenn die gegen mich arbeiten. So. Jetzt bitte. Schmeißt jetzt eure Granaten. Jetzt müssen alle auf einem Punkt stehen. Schmeißt so viele ihr könnt. Los. Ich möchte es sehen. So. Schmeißt mal eine Granaten. Habt ihr es gesehen? Voll daneben. Aber ihr müsst ja schmeißen. Weiter Männer. Weiter. Ja. Ja. Die setzen schon wieder neuer ab. Vorsicht. Nachladen. Nachladen. Weg. 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 Macht ihr den Rest. Ich hab keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Da hat sich doch eben jemand dreck gesprungen. Ich hab's genau gesehen. Noch vier. Ich hab voll die guten Soldaten auf einmal. Ja. Ich hab voll hier oben in die Fresse geschmissen. Ich bin ein König. Ich könnte mich auf heute Gott nennen. Uh. Es kommt doch immer das gleiche darunter. Es ist doch schon wieder irgendeine scheiß Endlosschleife hier. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Ich bin ein Schweinebriester. Da. Doch eine Granate von mir. Geschenkt. Das Spiel hängt. Leute. Es tut mir leid. Aber ne. Jeder der Halo kennt. Hier kommen nicht tausendmal immer die gleichen Wellen. Ne ne. Da kommt irgendwann ein Jäger und das war's. Und dann ist gut im Karton. Okay. Hat jetzt keinen Sinn mehr. Es wiederholt sich halt jetzt andauernd. Hier werde ich nicht weiterkommen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Geh bitte. Ciao. Sollte man mich abonnieren. Ja. Sollte man mich favorisieren. Ja. Daumen hoch geben. Ja. 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 Ja.